1, 2, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Geh schonmal weiter. Oh nein, Feinde. Ja, geh schonmal weiter. Wieso hab ich nicht damit gerechnet? Voll ungewöhnlich, dass in Borderlands Feinde kommen. Wie unerwartet. Echt? Äh, da soll noch... Ah, da fliegen sie rum. Ein gepanzerter... Bloodlaw, Bastard. Down. Eieiei, das werden immer mehr. Hüpf! 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 Was down, Alter? Also ich spiele auch nur mit der Sniper irgendwie. Ja, ich auch, weil ich nichts gescheites hab. Hüpf! Sniper ist einfach gut, ich mag die. Ja. Luft! Ja, 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 Müll, Müll, Müll. Weil nur Müll. Ich dachte, ich hätte einfach mal... Gebt, 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 gebt. Hm? Ja, eine Cranopel. Oh, die Mülleimer, die sind mir am liebsten. Was bringt mir das jetzt hier oben? Nix. Oh, das hab ich auch gemacht. Kommen wir gehen weiter, oder? Ja. Ich will mir den Kisten öffnen. Vor allem muss mein Borderlands nicht irgendwie 2 Euro für einen Schlüssel bezahlen. Du hast Hilfe beim Bau von Robotern. Meine Kollegin Lilith und ich haben in der Gegend... Wuii! Gibt's hier wieder Autos? Ach nee, hier können wir uns... Ach komm, mach mal schnell die Kisten auf, oder? Willst du zurück teleportieren, ja? Wir können wieder hierher, ja? Ja. Kevin ist in einem Menü! So, jetzt. Reise beginnt! 4, 3, 2, 1, 0, du hast nen kleinen Penis. Das ist wie ne Asimov, Mann. Mega lustig. Ne Asimov. Ich hoffe, wir bekommen mega geile Waffen. Ich will ein Sturm... Jetzt hat er das Mikrofon gespuckt. Ich will ein richtig geiles Sturmgewerk gewinnen. So, ich trink mal was. Guck dir dann ganz gemütlich zu. Okay. Tolles Wasser. Ne, erst verkauf ich mal nen Plunder, damit ich Platz hab. Ja, das reicht. Das ist ne gute Idee. Weißt du was, ich verkauf jetzt, auch wenn mich einige dafür hassen werden, ich verkauf alles bis auf die Sniper. Ich glaub auch, das sollte ich auch gerade sagen. Der Rest ist in der Scheiße, was ich hab. Aber selbst diese Halloween Waffe verkauf ich. Anpassung. So. Na, das behalte ich mal noch. Okay. 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 Kiste Nummer 1. Öffnen. Jawoll. Kevin sieht's nicht. Und eine Sniper. Ist die besser wie meine? Jein. Schade, ich wollte die da runter schießen. Und ne Shotgun. Explodiert beim Nachladen wie ne Granate. Fick dich. Du oder ich? Ja, du kannst erst. Such dir was Gutes. Verkauf noch ne Runde. Okay. Und, go go. Sturmgewehr. Go go. Sturmgewehr. Fick dich. Schon wieder. Shotgun. Und Sniper. Aber die Sniper, sie... Oh yeah. Okay. Die schaffts glaub ich in meinen Standard. Repertoire. 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 Welche war das jetzt? Die hier. Tu mir die mal weg. Ja. Okay. So, und noch eine. Case Opening live. Auf YouTube. Nicht live. Pistolen. Hab ich mal überhaupt keinen Bock drauf. Noch mehr, noch mehr. Alles meins. Gib, 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 gib. Das Ding hat auch echt was mit den Tonnen. Granaten-Mods. Ja, Granaten-Mods. Nehmen wir mal den. Wie verhalten die sich? Ah, cool, die kleben. What the fuck? Okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt, Baby? Was kommt jetzt dabei raus? Sturmgewehr. Und Sniper. Alter, das Sturmgewehr ist behindert. Was? Das ist so ein Raketenwerfer-Ding wieder. Nicht mal ein Visier drauf. Ich nehme mir wieder die Sniper. Was hast du gezogen? Willkommen. Zwei Strotflinten. Ich bin nicht so der Strotflinten-Typ. So. Ich mache noch eine auf. Eine geht noch. Go, go, go. Auch ein blödes Sturmgewehr und eine Shotgun, die zumindest cool aussieht. Und beim Nachladen explodiert wie eine Granate. Ich hasse dich. Das hasse ich auch. Granaten-Mods. So. Ich bin dran. Ich bin dran. Geh weg. Geh weg. Hinten anstellen. Hinten anstellen. Alles meins. Und wieder eine Shotgun. Und eine Sniper. Was soll denn das? Oh, die ist aber, glaube ich, ganz gut. Die Shotgun. Und die Sniper nicht so. Dabei halte ich mal meine jetzige. Okay, du darfst. Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Kannst du den gebrauchen? Guck dir den an. Moment, Moment. Nerv verkaufs Kevin. Ich brauche den nicht. Schilde, gute Schilde. Guck mal, ist das besser wie der 1? Nein. Nur von der Ladeverzögerung und maximale Gesundheit. Okay, dann nehme ich das mal. Achtung, 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 Achtung. Der König ist dran. Und. Ähm. Ja. Schilde. Ich glaube, ich röste mal das aus. Nice. König, weiter so. Und das. Halt's mal. Das darfst du verkaufen, weil ich habe keinen Platz mehr. Okay. Die kann jetzt weg. Die kann auch weg. Die kann auch weg. Die kann auch weg. Die wollte ich, glaube ich, behalten. Und das kommt alles weg. Nein, jetzt habe ich. Ach, ich brauche die Snapper gar nicht. Okay, alles gut. Weg, weg, weg. Weg. So macht man Geld in Borderlands, Kinder. Und, 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 und. Boah, die sieht besser geil aus. Zeig, 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 zeig. Zeig, 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 zeig. Zeig, zeig, zeig. Zeig, zeig, zeig. Zeig, zeig. Zeig, zeig, zeig. Zeig, zeig, zeig. Zeig, zeig. Zeig, zeig. Zeig, zeig. Also optisch schon mal sehr cool. Oh ja, da habe ich ein cooles Snapper gezogen. Ah, aber das gefällt mir auch nicht. Feuerstoß während des Zooms. Ja, das ist echt komisch. Okay. Jetzt kommt was geiles. Der Kistenkönig. Zeig, zeig, wie das geht. Achtung. Boom, Baby. Wie immer Sniper und Shotgun. Was sonst? Alter, das müsste andersrum sein. Hä? Das ist so ein Rotz. Wie gesagt, wenn man nicht scoped, also wenn man ganz normal schießt, dann kannst du ruhig einen Feuerstoß machen, dem nahe kommt. Wenn man anvisiert, dann soll das Einzelschuss sein. Alter, wie sieht denn das aus? Wie so ein altes, mit Holz. Willst du die haben? Ist die cool? Weil meine, ja, die ist halt ordentlich stark. 200 Schaden. Und sehr genau. Kann ich mir sehr gerne testen. Auf jeden Fall. Hm. Fallen lassen. Fallen lassen. Okay. Okay. Oh, sie fliegt weg. Okay, da bin ich nochmal dran. Eine geht noch. Dabei, dabei. Coolen ist, äh, Ding. Raketenwerfer. Bam. Du sagst ja gar nichts zu meinem neuen Spielzeug. Na gut, dann legst du mich am Arsch. Okay, Raketenwerfer behalte ich. Eine mach ich noch auf. Go Leute. Sturmgewehr. Fick dich mit deinem blöden Schild. Ja, ja. Kyro Nova. Ich bin aber drauf geschissen. Ja, ja. Lieber fest, dass Ablevel 2. Kevin ist zu jung und unerfahren. Komm, eine mache ich noch. Einer noch. Einer geht noch. Oh, naja. Feuerstoß während des Zooms. Und ein Sub-Maschinengang, die aber cool aussieht. Äh, naja. Kann man zumindest mal behalten. Okay, dann habe ich die und die. Hm, wie schaut es mit der aus? Ziemlich, ziemlich wackelig im Feuerstoß. Weil hier sind Stärke 51 und die hat auch 46. Also nehme ich die. Das heißt, du kommst da rein und du da raus und zack. Und bam. Und. Und. Äh. Die wollte ich aufheben. Die verschwindet. Und. Ja. In der nächsten Folge mache ich die Kiste auf. In der die beste Waffe der Welt raus kommt. Haha. Und das kann nicht reinen. Hastie oder in jeden jawseps Кар. Ja in meinem Vergleich zu dem,